Das Datum der Erstausstrahlung dieser Mi-Nachrichten war der 9. Juni 2021. Es folgt eine hinreißende Meldung über ein kleines Vögelchen und Baby Schlaft. Am Anfang des Monats öffnete Baby Schlaft das Fenster, um ein wenig frische Luft hereinzulassen. Dabei flog ein kleines Vögelchen in ihr Zimmer. Baby Schlaft geriet in Panik und versuchte, das Vögelchen durch das Fenster aus dem Zimmer zu scheuchen. Was ihr aber nicht gelang. Wie es scheint, ist Baby Schlaft auch jetzt noch damit beschäftigt, das Vögelchen aus ihrem Zimmer zu scheuchen. Wir haben einige Inselbewohner nach ihrer Meinung gefragt. Könnt ihr mir noch mehr verraten? Ihr wollt mich auf den Arm nehmen, oder? Danke fürs Zuschauen. Ich bin krass jung. Der 9. Juni war das Sendedatum dieser Mi-Nachrichten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020